Ich verzichte auf die nächsten 6 Wochen auf Schokolade, weil ich fühle, dass ich zu viel nasche jeden Tag. Ich werde jetzt die nächsten 6 Wochen auf Süsses verzichten, weil ich mich einfach zu ungesund ernähre. Und ich gehe früher ins Bett als sonst, weil ich schon die ganze Woche lang müde bin. Also ich verzichte auf Nutella und Nutella-Brötchen, weil ich das täglich nehme und ich habe gehört, dass das krebserregend ist und dass es allgemein ja nicht so gesund ist, aber es wird schwierig. Aber ich nehme eine Herausforderung an. Ich verzichte auf Bummis, Süssigkeiten und weil es nicht gut verzählen ist und weil es viel ist. Und dafür isse viel Brüchte.